Das haben wir doch schon mal gesehen. Ich bin noch nicht fertig. Du hast noch ein wichtiges Ziel. Der Schiff ist eine Kontrolle. Und die Daten auf deine Mutation wird ein Wunderbarer Ziel. Die Bedeutung von deinen Selbstabsorben ist unglaublich. Ich bin immer entschuldigt von dem, was du Amerikaner können. Ich nehme das als ein Kompliment. Wir wussten, dass du eine Verpflichtung warst. Wir haben also die Video-Rekorde von allen unseren Interaktionen gehalten. Wenn sie öffentlich sind, deine Leben ist fertig. Du kannst, wie du kannst. Der Einsatz der Satelliten wurde verabschied. Das neue Virus wird komplett erradikiert. Du, verdammt! Voll schnell wirst du sein, wo dein Augen zu dir antworten wird, zu sehen, die Cause, die unter dem Blast regnet. Hat er wieder Dante zitiert? Meine Queen Daito hat er gemeint was? Ach was! Er lebt noch! Gott sei Dank! Nein, wer bist du? Ok. Es hilft ihm! Entschuldigung, Raymond. Du warst recht. All along. Gott sei Dank für jemanden. Gott sei Dank für jemanden. Nicht so schwer auf dich, Marker. Jetzt ist mein Geheimnis, um dich zu retten. Komm schon. Wir sind weg von hier. Das ist das Geheimnis. Es geht nicht zu sein. Nein. Jetzt ist er ¡schneid! Ja. My apologies. All that work. In both the Zenobia and the Semiramis. Yeah, I know. But I haven't given up yet. Keith and Quinn, they've left us with an ace in the hole. The data analysis they sent us, the results are in. Well, what were they? We assumed Veltro made use of two sister ships in the Terragrigia Panic. But, that was a third. The final queen. Uh, the last queen. Wow. There's also still a third ship. Wahnsinn. Episode 11. Offenbarung, Ende. Was haben wir? A und S. Ja, gut gezielt habe ich jetzt nicht, aber war in Ordnung, finde ich. Kann man, kann man benutzen. Perfekt. Ich frage, wie viele Episoden es eigentlich gibt. Also, aber ich denke, wir sind schon gut vorm Ende, glaube ich, oder? Machen wir einfach weiter. Ich frage, wie viele Episoden es eigentlich gibt. So, wir setzten diese Trappe zusammen. Das ganze Veltro-Revival-Act. Die Mautenheide, die Koordination der Schiffe. Auch, um Wasser auf Morgan zu legen. Aber ich habe noch nicht gefordert. Sie haben uns mit einem Aes in der Hunde. Die Königin ist tot. Okay. Ich finde es aber richtig scheiße, dass Keef und Quinn tot sind. Ich hoffe, sie leben auch noch. Das wäre cool. Ja, die Keef und Quinn tot. Sie hat auf dem Oceansflug seit dem Tag gespürt. Das bedeutet, wir finden sie. Ich schaffe sie. Exakt. Wir haben eine Verantwortung, um diese Mission zu sehen. O'Brien, raus. Die Kamera fliegt mir gleich um. Ja, scheint in Ordnung zu sein. Vielleicht ein bisschen krumm. Naja, egal. Ach was. Was ist hier los? FBC, everybody frei! Hey! Geht's noch? Lansdale, du Sack! Morgan Lansdale. Wir nehmen diese Show. Die BSAA ist hierbei unter der direkten Supervision der FBC. Clive R. O'Brien. Du bist unter der Arreste für collaborieren mit der Terrorist-Organisation Veltro. Chris. Jill. Du bist unsere einzige Hoffnung. Da ist es. Die Schilderung der Terra Grigia. Die Queen Dido. Die Schilderung der Schilderung. Die Schilderung der Schilderung. Die Schilderung der Schilderung. Halte, ist tut mir so leid, dass ich gerade die Kamera hier hin und her wackele. Ich versuche, das einen guten Punkt zu erwischen. So, das müsste wieder passen. Ich habe ein neues Stativ gekauft. So kleines Mini-Stativ. Was nur so ein paar 20 cm ungefähr hochgeht. Oh, die Queen Dido. Sehr schön. Das ist die Queen Dido. Das dritte PDF. Aber ich krieg das nicht so richtig auf die Reihe, das richtig hinzustellen. Ein etwas größeres wäre ganz gut, das ist vielleicht so ein bisschen über dem Bildschirm überragt, aber das andere Stativ, was ich habe, ist viel zu groß, das ist dieses riesige Stativ. Okay, komm. Jawohl, da suchen wir das Schiffswrack. Cool, richtig coole Unterwassermission jetzt. Alter, jetzt sag mal. Okay. Keine Waffen. Hervorragend. Aber Strohwinden Munition. Das Ding ist ein Jahr lang unter Wasser. Oh, was haben wir da? Was ist das denn? Okay, cool. Magischer Türöffner. Es ist eher kalt. Die Zeit hat sich selbst stoppt. Blobs, die wir auf der Pferde gefunden haben, kamen sie von hier. Das erklärt, warum Morgan aus der Region geordnet hat. Warte mal ganz kurz, Freunde. Irgendwas zieht die Kamera immer wieder nach hinten, verdammt. So, ist vielleicht okay. Vielleicht zurück. So. So, wie findet ihr das? Schreibt es in die Kommentare, wie ihr das findet. Mir ist es egal. Lassen wir es mal so. Wird schon klappen. Man würde meinen, dass so viele Leute, was ist da los? Für eine... Zumindest ist er als Mensch gestorben. Mehr oder weniger. Ich frage mich, ob diese Korpsen auf der Pferde für Veltrumpf waren. Oh, Mahlzeit! Was ist noch immer noch alive? Beide, du kannst sie nicht auf dem Wasser kämpfen. Okay. Was ist das? Ah, Munitionskiste, Gewehr. Cool. Ah, da bin ich überhaupt richtig? Einen Kater habe ich nicht. Wo ist denn das Ding hin? Naja. Geh, wir fahren mal. Nein, 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 nein. Da geht's lang. So. Mach die magische... Die magische Tür. Den magischen Türöffner benutzen. Einmal hoch und runter. Und schon geht die ganze Tür auf. Oh, was ist das denn? Das wird nicht funktionieren, weil das Ding jetzt rot abgebildet wird auf der Karte. Ah, doch. Alter, legt mich am Arsch. Äh, bitte? Okay, erst mal den Dinger hier vorbeischwimmen. Ja, hier komme ich nicht vorbei. Warte. Der ist auch tot. Ja, der ist auch tot. Aber ich komme hier nicht vorbei. Ah, warte mal, da. Alter. Ich hätte jetzt gedacht, das Ding frisst mich jetzt gleich. Okay. Okay, was ist das? Eine Impulsgranate, was auch immer. Schauen wir, wo die Dinger sind. Runter. Wir schwimmen mal hinter ihm her. Das ist, glaube ich, am sichersten. Da ist noch Munition. Die sammeln wir selbstverständlich auf. Und da ist auch noch Munition. War doch in sich ganz easy. Und da soll er das Problem lösen. Jill, die Tür ist örtlich. Ja, danke. Okay, auf meinen Weg zurück. So, ich mache mich auf den Weg wieder zurück. Klappt hier an sich ganz gut. Das ist ja epische Musik. Da lag noch Munition. Die hole ich mir jetzt gleich. Alles klar. So, und weg hier. Huch, hervorragend. Da ist noch Chris. So ein bisschen. Okay, let's move in. Okay, let's move in. Das Meer gibt Wärmmunition. So, mal da hoch. Ja, müssen wir wohl. Ah. Huch. Hallo? Hallo? There's still air. Wer ist das? Er ist noch nicht lange tot tot. Er ist FBC. Er wollte die Auszeichnungen klauen. Er hat etwas in seiner Hand. Oder? Das müsste doch das sein. Darüber hat der Kerl geredet. Diktiergerät aufgenommen. Das ist Agent Dario Barioni aus der FBC-Fraktion. Die Zeit ist 1948. Ich habe gefordert, dass dieser Rekorder zu General Lansdale zurückgegeben. Er wurde von der nächsten Team gefunden. Alle auf meiner Team sind tot. Er wurde von der Kerl selbst getötet. Er wurde von der Kerl selbst getötet. Wir konnten den Video-Log nicht retrehen. Unsere Mission hat verloren. Vltro. Nein, sie sind nicht so sitzen und warten, um die Todesnachung zu kommen zu ihnen. Als die FBC gekommen sind, waren sie uns wundern, selbst wenn Terra Grigio ein Jahr vorhin war. Impossible. Revenge. Ich kann... Alter. Was ging da ab, bitte? So, erstmal alles nachladen, was wir haben. Okay. Come on, Chris. Alle verdammten Schiffe gleich aussehen müssen, gell? Oh, da... Okay, das ist... nicht sehr nice. Ist das Licht gerade ausgegangen, verdammt? Alter. Erstmal abscannen. Ganz langsam, vorsichtig. Wir wissen nicht, was uns hier erwarten wird. Was war das? Boah, 50 Pistolen-Munition. Das ist ein bisschen viel, gell? Oh, wir nehmen lieber die rein. Okay, Chris. Da ist was. Da ist ein Handabdruck, wenn ich das richtig sehe. Oh, mein Gott. Ein Geisterschiff. Alter. Da liegt auch was. Da liegt auch was. Komm. Da ist ein Handabdruck. Da ist ein Handabdruck. Da ist ein Handabdruck. Da ist ein Handabdruck. Freunde, wer von euch hat die göttliche Komödie gelesen? Wahrscheinlich gar keiner, oder? Ich muss, äh, ich hab sie gelesen. Also, nicht ganz, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin... Bis... Also, das Inferno hab ich gelesen. Also, das komplette Inferno. Dann hab... Das Fegefeuer... Ich glaub... Nee, das Fegefeuer hab ich nicht abgeschlossen. Gilberto. 1968 bis 2005. Nichts liebte er mehr als seine Frau. Von Veltro abgesehen. Ruhe und Frieden. Ugolino Bar... Baro Nio. Veltro treu ergeben und ein treuer Freund. Ruhe und Frieden. Ja. Ja. Ja, die waren hier ein Jahr lang eingesperrt, ne? Ja. Ja, die waren hier ein Jahr lang. Ja, die waren hier lang. Ja, die waren hier lang. Vielen Dank.